Ganz im Süden der Insel befindet sich das kleine Städtchen Wieg mit vielen Naturschönheiten drumherum. Die Felseninsel Renisfial, der schwarze Strand Renisfiara und der Turbogen Durolay. Und im Meer die drei Felsennadeln Renisdranga. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei einer Wanderung einmal rund um den Renisfial bekommt man alle Naturwunder zu sehen. Bei einer Wanderung des ZDF, 2020 Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Und wenn ihr sehen wollt, was schon alles da ist, ich habe euch hier eine Playlist eingeblendet. Ich beantworte auch gerne Fragen. Schreibt das einfach in die Kommentare hinein zu den jeweiligen Videos oder zur Intro. Ich freue mich über jeden Like, den ihr mir gebt und wie gesagt über jedes Abo. Viel Spaß!